Hallo und herzlich willkommen zurück bei Robocop. Schön, dass ihr wieder mit einschaltet. So, ich musste das gerade nochmal nachspielen, denn ich wollte diese Folge gestern noch rausbringen. So, denn das hier ist die Montagsfolge und die Sonntagsfolge habe ich gestern auch erst am Sonntag gemacht. So wie die Montagsfolge. So, alles klar, lange Rede, gar keinen Sinn. Weiter geht's. Wir müssen zum Besprechungsraum. Dennoch würde ich ganz gerne es nochmal kurz probieren am Schießstand. Das würde ich gerne nochmal probieren. So, was haben wir dann hier? 106 Euler. Kaplan. So, das war ganz gut. Konzentration. Ja, das darf nicht passieren. Bin zu langsam. Nachladen. Nachladen. Schnell, 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 schnell. Ach, 196, 196. Wäre das jetzt mit dem Nachladen nicht gewesen? Warte. Wir müssen mal kurz auf die Auto 9 gehen. Da habe ich doch irgendwo was gesehen gehabt, was hier meine Kapazität beeinträchtigt hat. War das so. Wir nehmen das mal weg. Magazinkapazität. Das ist die Nachladegeschwindigkeit. Die hätte ich ganz gerne. So, nehmen wir mal das so hin. Wir probieren es nochmal. Ich würde gerne die 250 schaffen. Ne, hat sich nichts geändert. Ah, ein bisschen weniger. Ah. Ach. Ah. 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 Schneller, 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 Muffy. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ah, schon wieder. Ziffix. Ähm. Ähm. Nix genaues. Warte, 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 warte. Das haben wir gleich. Ähm. Bapapapapam. Platine wechseln. Gehen wir auf die Einser. Kann ich da vielleicht was abändern? Das würde auf jeden Fall dahin schon gehen. Ich brauche aber die... Da, 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 da. Warte, nimmst du mal den da mit dazu. Magazinkapazität und 14%. Da würde ich gerne mal Chips fusionieren. Den hätte ich ganz gerne. Okay, und... Musst du mal den da mit rein. Und den da. Was krieg ich denn da aus? Ja, nehme ich. Platine. Ja, verkehrt herum. Ups. Äh, soll aber nicht dramatisch sein. Gibt's denn den da? Das geht auch. Krieg ich hier nicht die minus 10 rein, ne? Nach aller Geschwindigkeit. Das geht auch. Nee, das geht auch. Wir probieren es nochmal. Ich würde es gerne schaffen mit den 250. 37, okay. Jetzt hat er vorgemuckt. So. Nachladen. War es jetzt besser oder schlechter? Nachladen. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ja, wir haben es geschafft. Jawohl. Das ist nur noch Beschädigungsschießen. Sehr gut. Und wir haben die Trophäe. Jawohl. Supercop. Alles klar. Wunderbar. Sorry Leute dafür. Aber es war mir jetzt schon wichtig, dass wir das hinkriegen. So. 369. Ja. So, ab in den Besprechungsraum. So, haben wir nochmal den Serverraum. Hat sich hier vielleicht was getan auf der Info? Nöger. Nein. Ab nach oben. Voll gut. Was hat er denn? Das klingt nicht nach Spaß. Das klingt nicht so Spaß. Es ist nicht so, dass er es nicht verdient hat. Du weißt, dass er bei Becker mit einem Stack von Papern geht, jedes Mal die zwei sprechen. Genau? Er ist ein Rat. Wir schauen uns nur für dich, Murphy. Hm. Halten wir den Rücken frei? Naja, gut. Nur weil du gesehen hast, wie der mich da verpetzt hat beim Becker, ne? Aber er ist jung. Dumm. Wir gucken mal beim Becker ins... Ne, Start Street. Hier ist sonst nix. So, ab in den Besprechungsraum. Das war unser eigentliches Ziel. Okay. Okay. Die Situation in der Bank war in einer relativ schmerzlichen Weise. So, was haben wir gelernt von dem? Wenn es ihre Geld auf der Linie ist, OCP will send Robocop, die ganze SWAT-team, und ein paar von ED-209s, die tatsächlich funktionieren. Anything else? Wendel Antonowski nicht mehr mit den Streak-Vulchern. Das ist richtig. Es gibt einen Riff in der Mitte, und ich will wissen warum. Spike. Spike hat sich gezeigt, dass er talkative ist. Under suitable conditions. Das ist das, was ich möchte, dass Sie alle in die Stadt gehen, und ein paar politische Arbeit machen. Wir müssen Spike finden. Der Angriff auf den OCP Bank war eine schmerzliche Bewegung. Ich bin sicher, dass es viele Theorien gibt. Also müssen wir hören, was die Straßen sagen, um, wo die Vulchern befinden. Ich weiß, jemanden verset in street-talk. Wir sprechen mit ihm. Und... Oh, ich habe fast vergessen. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. The old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit-Hads to real life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly find Spike. Revier verlassen. Okay. Robocop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Hm? Was will der Bürgermeister? Will I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume. The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor. I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? Well, that's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city. And without your consent? That's clearly something that I would never do. But, you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we going to do about it together? I will not let OCP take over this city. I knew you'd understand. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with meals. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhood, vote for Cusack. Deine Taten haben politische Konsequenzen. Jawohl! Ich musste nämlich gerade an den ersten Teil denken. Wie OCP den Bürgermeister verarscht und bedroht hat. Hmm, Becca. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage. So, expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade. Apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Inlandsterrorist, okay. Die nehmen wir wahr. So. Ja, möchten wir. Zack. Da vorne steht schon, da steht schon so einer mit nem Anzug, ne? Okay. Spike-Spur abgeschlossen, okay. Aber ich sehe gerade, wir haben noch Punkte zu verteilen. Neues Ziel. Ah ja, okay. Spikes, Heuerhaufen. So. Spikes mit Heuerhaufen. Haben wir so. Den Fokus hätte ich ganz gerne. Jawohl. Psychologie eher weniger. Der Hammer. Mehr Erfahrung aus Notizen. Mhm. Vergrößerte Karte. Ab hier. Obwohl Techniklevel sehr, ne? Da müssen wir auch weitermachen, gell? Hm. Obwohl ich eher in den Kampf gehen möchte. Und meine Panzerung. So. Kurz umschauen. Wo ist unser Auto? Da vorne hält sich einer fest. Don't let them rule our city. Da sind schon so Schlipsträger. Guck mal. Wir verwirren die erstmal, indem wir verwirrt hier rumlaufen. Es interessiert dir gar nicht, dass wir hier rumlaufen. Nun gut. Schauen wir mal hier zu den Spezialisten. Diese Entrance zu dem Gebäude ist auf die Grenze. Du musst die Stärkung nutzen. Du denkst, es wird das festhalten? Wir quatschen nämlich jetzt mit dem Chef von OCP. Mit dem alten Mann treffen. Warte mal. Apartment 12 oder nicht? Der alte Mann ist wundern. Wir sind doch gerade in der Hauptmission, ne? Diverse Missionsziele dienen und schützen zwei. Okay. Das müssen wir mal gucken. Mhm. Mhm. Also machen wir erstmal die Hauptmission. Oh, es ist gut zu sehen, mein Junge. Lass uns. Ich will ihn mit ihm sprechen. Und hier sind. Ich bin jetzt. Ich bin halt. Ja. Ich bin jetzt. Ich bin sehr dankbar für deine Service zu OCP und die Stadt Detroit. Siehst du? Ich bin in diesem sehr Apartment. Oder was ist es? Es war ein lebendiges Gebäude. Nichts wie das, was du jetzt sehen. Ich habe immer so geblieben, es in den größten Stadt der Stadt in der Stadt. Ein neues Herz von Detroit. Kannst du dir vorstellen? Oder du denkst, dass es ein altes Fools-Pipedream? Jede Verbesserung der Stadt wird begrüßt. Es kommt immer darauf an, wie man es macht. Ich bin kein Freund von Erklärungen. Man sollte Maschinen nicht nach Träumen fragen. Mein Ziel ist, um den Krieg zu kämpfen, nicht zu sagen. Nein, natürlich nicht. Die Deltacities-Konstruktion beginnt. Die Deltacke und Wurzeln werden. Die Deltacke und Wurzeln werden. Die Deltacke und Wurzeln werden. Die Deltacke und Wurzeln sind schrecklich. Du verlierst alles, was du für deine ganze Leben verletzt hast. Aber ich muss dich nicht erzählen, was das ist. So kann ich bei meiner Arbeit höchstleistungen erbringen. Es ist meine Last für die Kriminellen. Damit beschäftige ich mich nicht weiter. Die Deltacke und Wurzeln werden. Das verbessert meine Leistung. Das ist nichts als Zeitverschwendung. Alles hat zwei Seiten. Ich bin froh, dass ich mit allen Aktivitäten verfolge, die die Effektivität verbessert. Du bist ein guter Sport. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht eine leise Erfahrung ist. Aber ich kann nicht sagen, wie viel ich würde, dass du es halten möchtest. Ich bin sicher, dass es eine Leidenschaft ist das letzte, was du möchtest. Bin ich richtig? Das ist korrekt. Jetzt haben wir eine Entdeckung erreicht. Sag mir, ist es etwas, was ich tun könnte, um deine Meinung zu machen? Lois braucht medizinische Hilfe. Die Polizei ist besorgt um die Absichten von OCP. Oh, das ist Konflikt, ne? Das ist, äh... Ich nehme los. Mein Partner hat mich sehr schwer verletzt, und ist bei Gibson Memorial Hospital geteilt. Ich werde sicher, dass sie die beste Worte gibt. Danke. Ich muss sagen, du hast viel Hoffnung in diesem Mann's Herz gebracht. Jetzt, Entschuldigung. Gut, alter Mann. So, jetzt pass auf. Ich schaue mich trotzdem noch mal um. Dann aktiviere ich auch gleich die Nebenquest. Der alte Mann. Soweit ich mich erinnern kann, war doch das eigentlich der übelste Typ. Äh, ich würde gerne das hier erstmal machen. Verfolgen. Zack. Und der alte Mann ist hier groß geworden, okay? Nun gut. Hey, Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers of glass and steel? Eh, go ahead. Just not where we live. Warte mal. Pickles befragen? Nee, nee, nee. Ich möchte gerne die weiterverfolgen. Mahlzeit. Jetzt sehen wir das Ganze mal bei Tag. Ist auch nicht schlecht, gell? Ja. 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 Das kann eine Entschuldigung Strafmandat ausstellen. Überdenken Sie Ihr Verhalten, Verwarnung aussprechen. Dann musst du die Konsequenzen beurteilen. Eh, niemand in diesem Land verwendet independente Erinnerungen. Dankeschön. Aber warte mal. Der darf eigentlich nicht kotzen, ne? Alkohol in der Öffentlichkeit ist doch hier auch verboten. Mahlzeit. Oh, dann lässt sich auch noch mal alles durch den Kopf gehen. So. Wen hat er denn hier? Hm. Da vorne ist da auch schon wieder was. Das ist doch hier auch eine Mission, oder? Erste Feldausbildung. Ach Gott, da gehen wir später hin. So, der darf hier nicht mal stehen. Zack. Da steht my carrot. Das ist sehr gut. Nehmen der Spielehalle Apartment 12. Oder gegenüber. Haben wir hier noch was? Ja, so ein Briefkasten. Da ist keiner zugeparkt. Mit drei. Lieber Katzenhelfer. Äh, hört auf, die Katzen im Keller zu füttern. Sie scheißen überall hin. Wohnung 12 durchsuchen. So, gehen wir doch gleich hoch zur Wohnung 12. Sieben. Da steht keine Nummer. Da ist noch eins höher. Okay. Da wäre sie. Aber ich gucke nochmal schön dahinter. Ohne Durchsuchungsbefehl. Einfach eindringen. Falle entdeckt. Entschärfung abgeschlossen. Da war ein Stolperdraht. Okay. Ich habe keine Waffe gezückt. Also kann ich auch nichts entschärfen irgendwie. Plantäne, jawohl. Nehmen wir mit. Haftnotiz. Diese Woche. Lagerungsrechnung. Katzenfutter abholen. Die Abrechnung des Fischhändlers annehmen. Material wird gescannt. Das ist eine Pizzaschachtel. Alter Pizzakarton. Irrelevant. Für den Fall. Papierkarton mit Dokumenten. Auch irrelevant. Nichtsverdächtiges. Ah. Kann man verschieben. Verschieben. Okay. Laste Weismittel. Im Mietrechnung. Lager-Einheit. Kunden-ID AD 9443-1. Lager-Nummer 17. Stadt-Bundesstaat Detroit-Michigan. Adresse Lindwood Street 4553. Mietdauer 3 Monate. Gesamtbetrag inklusive Steuern 210. Was für 3 Monate. Okay. Neuer Fertigkeitspunkt. Gehen wir gleich hin. Hier geht auch gleich alles hin. Oh, das ist auch sehr gut verkabelt. Ja. Brandschutz ganz oben. So, OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank and now when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Hm. Illegal erlangte Beweise sind ungültig. Die Polizei wird die Schuldigen fassen. Und sie haben eine Straftat bekommen. Show me your evidence and I will make the culprits regret their deeds. So far you just making my road to the goal harder. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank you proved that you were more than just a tool programmed to obey OCP, but now the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside. But there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out of date documents anyway. Call me once you secure the box. Call me once you'll see you again. Call me once. So, Lagehalle geht. So. Da ein hübsches Foto von uns. Das ist die Reporterin. Samantha Ortiz. Okay. Die will Becca natürlich weg haben. Deswegen terroristische Aktivitäten. Aber wir sind nicht ganz konform mit dem Ganzen. Vor allem, woher wusste sie, dass wir da sind? Das ist es ja immer wieder. An den Lagerhallen sind wir ja schon vorbeigelaufen. Okay, ich dachte, die wären jetzt hier. Oh mein Gott, eine Straftat. Wer hält einer bei einem Hydranten? Das können wir nicht zulassen. Das ist Katastroph. Nicht gerade lebendig heute. Schauen wir doch mal, was da los ist. Das geht dich alles gar nichts an. Gemälde bereits anderswo gesichtet. Im Fernsehstudio, oder? Ja. Ja. Bist du sicher, dass du in deinem Auto genug hast, um uns alle zu holen? Wenn du nicht in Ruhe kommst, werde ich nicht mehr brauchen. So. Schwache Maten, ganz ehrlich. Sehr gut. Finde ich gut, dass wir diese Skill jetzt haben. Dass wir da ein bisschen zu dir komplett die Vollgas geben können. Dokumente mit Bezug auf OCP. Okay. Genau dasselbe. Das ist der Karton. Mal eingesammelt. Aber die Frau ist echt versessen drauf, OCP an die Wand zu bringen. Hm. Hm. Und warum stehen die jetzt da? Ich behalte die Kiste. Was interessiert, Becker, ist in Locker No. 17. Die Konten dieser Kiste sind kein Problem von OCP. Ich muss sagen, Herr Becker, dass du uns nicht alles Material hast. Ich versuche dir, dass es für dich besser wird, als für mich. Okay. So. Check ich nicht ganz. Der Becker, also wenn ich an den ersten Teil denke, da war ja der quasi der Erfinder von Robocop, oder der ihn gebastelt hat. Ja auch so eine linke Socke und für den ging es auch nicht gut aus. Da hat er ja bei einer Party, wurde er von, kann ich dich streicheln? Ähm. Sein Leben fallen worden. Als der Hauptbösewicht gekommen ist. Das Kabel ist kaputt. Wenn Sie arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside, or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of old Detroit. You've helped them already though. Thank you. Ronny's grocery. Leave the box there. Na gut, dann legen wir da noch die Box ab. Hm, hm. What do you mean, a dollar? It's 23.50! I have Samantha's belongings. Ah, yes. I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all in the street. Still might. They did a number on a lot of families. Hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. No gut. Hm? Wir gucken doch mal rein. Brief an Samantha's Mutter. Miss Kay, oder Kai Ortiz, Ortiz, Entschuldigung. Man wirft ihnen vor, Beweise zu fälschen, weil sie in Miss Kredit bringen will. Aber ich glaube das nicht. Niemand von uns tut das. Wir wissen, dass die Medien und OCP unter einer Decke stecken. Irritat werden auch andere helfen. Das zu verstehen. Also lassen sie sich nicht zum Schweigen bringen. Jemand muss in unseren Namen die Stimme erheben. Jemand muss gegen sie, äh, gegen sie wehren. P. Hm. Gut. Inlandsterrorist abgeschlossen. Hm. Es gibt noch ein Nachspiel mit unserem Bäcker. Was haben wir denn hier noch? Erster Feldversuch. Ja, verfolgen wir. Dann wollen wir zu unserem kleinen Schützling Washington schauen. Mehr oder minder. Der da irgendwie Probleme mit dem Fall anscheinend hat. Willst du die Straßen dieser Stadt nicht sauber halten? Nur zu. Seien seine Völklingen. Und sie ihr Leben wieder unter Kontrolle. Sie machen das. Geh zurück zur Sicherheit der Precinkt. Nein. Das ist nicht das, was ein decenter Polizistischer würde tun. Officer Washington reported für Field Training. Gut. Sie haben dein Körper Armour an. Gut gemacht. Was für die rest von Ihrer gear? Service Pistole? Got es. Spare Ammunition? Check. Duty Light? Never part mit es. Good job. Preparation ist die wichtig. So ist knowing your surroundings. Are you familiar mit dieser ? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Please. I think that answers my question. Please. I need your help. Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back sturdy walk together with a clear and unshaking voice. Officers. Thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckets coming from downstairs today, but the lights aren't working, and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come back without him. your flashlight on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. So, dann suchen wir doch immer eben eine Mieze Katze. Geh mal weg. Geh doch mal bitte weg. Oh, Digga. Ist das dein Ernst? Schmarrn. clear. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. What was that? eine Übereinstimmung? Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush headfirst. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. The fugitive has left the trail. You are intentional. It's time to pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cats stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Pssst. I heard something. Think it's coming from the piano. Übereinstimmung. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Was will ich machen? No time to play. It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Okay. Here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. Ja, dann beeil dich mal ein bisschen. Komm. Ich glaube, wir sind jetzt in dem anderen Haus. Wo einmal hier... ...dass das Füttern der Katzen im Keller verboten sei. Wo ist das? Wo ist das? Das erste Mal ist eine eine Einstrecke Straße, Herr Katz. Aber wo hast du geblieben? Hier ist er. Oh Gott, Fortuna. Du hast eine Scheiße. Du denkst, er ist gut? Der Katz ist gut. Du kannst ihn zurück nach ihren eigenen Garten. Ich versuche die ganze Scheiße. Okay, bis bald. Hmm? Hmm, hmm, hmm. Was ist so ein Geier? Bring die hier einfach einen alten Mann um starke Blutverlust. Oh, was ist das? Schusswunde. Schädeldecke. Hmm. Es ist Washington. Du siehst mich? Laut und klar. Was ist dein Status? Wir haben ein Problem. Ich bin auf dem zweiten floor. Ich habe ein Bild auf mehrere Arme-Suspecten in unsere Ort. Die meisten sind in deinem Weg. Aber ich kann ein paar kommen auf die Stairs. Keine Ahnung. Geh dein Zeitpunkt. Und find die die größte Location. Got it. Officer Washington. Sir. Keep cool. Ich bin auf deinem Weg. Schau? Auf geht's! Ich habe ihn! Ich habe ihn. Hmph. Das war's für heute. Ich bin hier. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, Sir. It means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See, I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Let's move on. Let's move on. Let's move on. Fertigkeitspunkt, den können wir ja auch noch schnell räumen. So, haben wir gemacht. Entschuldigung. So, hat er gemacht. Ihr zwei seid mir auch nicht ganz koscher. Was bist du denn? Hey Robo! Do the robot dance! Sieh zu und lerne. Da wollen wir mal gucken. Watch and learn, young man. You rock, Robo! Jawohl, haben wir das auch gemacht. Sehr schön. Ich glaube, das hat er im zweiten Teil gemacht. Kann das sein? So, jetzt müssen wir mal mit Pickles reden. Oder haben wir noch eine Nebenmission? Ja, weiterhin dienen und schützen zwei, ne? Äh, da bin ich jetzt aber auch ganz ehrlich zu euch. Jetzt lassen wir mal, wir reden mal mit Pickles. Mit unserem guten alten Kumpel Pickles. Und ihr dealt doch hier, oder? Da ist er doch. Vielleicht sollten sie ihr Leben ändern. Du brauchst keinen... Du brauchst einen kleinen Kick. Vorsicht, alte Gewohnheiten sind hartnäckig. Was arbeiten mit der Polizei nicht gemacht hat? Ich brauche, um die Appearanzungen zu halten. Otherwise, ich würde nicht mehr als Informer als Informer sein, würde ich? Nein, sag mal. Was ist der nächste Job für die Polizei? Ich brauche Informationen über Spikes. Das S.O.B. Ich werde ihn niemals vergleichen, was er für den Briggs getan hat. Glücklich, es gibt nichts mehr von den Street-Vultures. Nach dem Bank-Heist, sie sind wahrscheinlich schmerzt. Aber jetzt, wie du es erwähnt hast, habe ich gehört über einen Biker, der einen Crash nahe der Riverbank, gerade hinter dem Markt. Also, dein bester Betrug ist, die Szene des Erkrankes zu beobachten, oder vielleicht einen näheren Mechaniker, um zu sehen, ob sie nichts wissen. Ist Briggs der einzige Grund, warum sie mir helfen? Hat jemand den Vorfall beobachtet? Wird der Motorrad entkommen? Ja. 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 Okay, gehen wir. Ja. Danke. Du hast mir alles gegeben. Ich weiß, dass du unterwegs bist, aber es gibt etwas, was ich mit deinem Hilfe brauchen. Ich werde nicht involviert werden, in irgendwelche illegalen Aktivitäten. Das ist sehr presumptuous von dir. Ich brauche nur Hilfe, um eine VHS-Tapie zu finden, in einem Rentenplatz auf der Straße zu finden. Der Titel ist in meiner Meinung und ich glaube, dass du ein Database oder etwas in deinem Kopf hast, das dich zu schauen wird. Ein Wind. Also, was sagst du? Willst du mir helfen, es zu schauen? Machen wir weiter. Das ist okay. Ja, das wird alle meine Probleme lösen. Los geht's! Was sollst du schauen? So, es gibt ein Film über einen Mann mit einem Schraub. Und es gibt ein Mann mit einem Schraub. Und es gibt ein Mann mit einem Schraub. Ich bin ziemlich sicher, der Titel hat eine Biblische referenz in es. Du brauchst eine wichtige Informationen auf dem Thema. Okay. Los geht's. Was sollst du schauen? Remember, der Titel hat etwas zu tun mit dem Bibel. Sainte, Cosmos, oder was... Start by checking the Thriller und Drama sections. Should we ask the owner? Ha ha! Forget him! Er hat keine Ahnung über die Möbel. Er denkt Salamanca Der Titel hat den Golden Piston für die Best Picture. Ich habe das gehört. Und er hat es. Und er hat es. Oh man, great movie! Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. Diamonds are made under great pressure. Wait. You think there's a diamond within me? Do you see my shine? I'm just messing with you. That was truly inspirational. But let's get back to it. Cause that's not our tape. So, die Musik is grad net so du... net so gut, net so gut. Weiser? Kind Shepard. Love that one. You know that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. Kommt immer drauf an. Alex Murphy was given a second chance. But he... I mean, you really deserved it. Which is something I couldn't say about a lot of people. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Nothing in thriller or drama. Okay. How about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. It doesn't pay the bills though. Oh. Then again. I don't have bills to pay anyway. Du kennst dich mit Filmen aus. Das hat einen Wert. Bestandterziehung ist ein Verbrechen. You know movies. There is value in that. Yep. There is nothing better than a good movie. We're still missing our tape. We are all the same. 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 Sequels, Remakes, Comicbook-Adaptations etc. Um... Was ist denn das Bede? Ja, hör! Falsche Waffe! Ihr seid alle Schießbootfiguren hier! Wird's finden. Der ist doch hier hinten rausgerannt, ne? Oh, das kommt mir bekannt vor. Oh! Das alles passiert so schnell. Wo ist Pickles? Der ist weg. Wo werde ich ihn finden? Ich weiß nicht. Aber... Homeless oder nicht? Du musst immer noch eine Adresse geben, um eine Karte der Mitglieder. Probierst das Computer. Vielleicht findest du etwas da. So... Wer wird das alles bezahlen? ... Pickles, Josh. Da haben wir doch... ... Adresse erworben. Mhm. So, dann verlassen wir mal das Gebäude. Ich weiß nicht, ob die OCP für ein wenig Geld verloren hat. Wahrscheinlich hier hinten, ne? Ich laufe einfach mal durch. Ich grüße dich, alter Mann. Keine Anzeichen der kürzlichen Nutzung. Keine Anzeichen der kürzlichen Nutzung, aber hier schon, ne? Die Tür wurde kürzlich geöffnet. Hmm. Hmm. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Sie werden mir helfen, äh, Sie werden mir Hilfe brauchen, wenn Sie mich anlügen. Sie haben größere Probleme. Sie werden noch mehr Hilfe brauchen, um mir zu lieben. Ich weiß, dass Sie auf eine Mission haben, um meine Leben zu retten. Mit all diesem großen Geheimnis von Ihnen? Diamonds sind unter großem Druck. Ich bin kein Diamant, okay? Ich bin ein Junkie. Es gibt nur eine Sache, die ich jetzt brauche. Was ist? Alles, was ich jetzt brauche, ist eine Verkaufung. Also, lasst mir die Geld. Du wirst mich nicht mehr fragen, was anderes. Du wirst einen Polis-Officer verlassen Sie mit Geld aus der NUK-Distribution? Ich weiß, dass du ein Polis-Officer erst bist. Aber kannst du nicht so ein Freund sein? Ich tue dies als Freund. Geben Sie es... äh? Geben Sie es vernünftig aus, das Geld. Ich mache das nicht als Polis-Officer. Ich mache es als Freund. Hande das Kass. Du... Du kannst mir das nicht tun, Mann. Ich habe es nur gemacht. Geben Sie, Tin-Man. Ich habe das Geld recht und recht. Und dann Spike im Heuerhaufen. Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge Richtung Werkstatt zu Benz. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Robocop Rogue City. Tschau. Macht's Und vielen Dank! Macht's Gut! Macht's gut! Tschau! Untertitelung des ZDF, 2020